Für Jinn erbüßen was. Hecarim. Dann Viktor. Viktor hatte Maxim auch gesehen. Hecarim für die nächsten Matches Hecarim ist mein Second-Pick nach Tages. Ok, LeBron gebannt. Und dann ist das Viktor, oder? Viktor, oder was? Ja, ist der Neuignal hier. Ist der Johnnies' Call. Ich weiß nicht was, mit dem Sinien dann... Also wie gesagt, der hat den... Also Siljen, Viktor... Man kann halt Sinien am letzten bannen. Last mit dem letzten. Viktor, Jinn hat ja gesagt, haben die ziemlich gut gespielt. Einfach mal gucken, das erste Game. Mal schauen. Oh, der Respekt bann auf Johnny, ey. Weil Siljen dann ja auch. Der Champion Pool trocknet aus. Gutscher, bist du immer noch am Essen, oder? Nee, Junge, ich bin heiß, Alter. Was willst du von mir? Ich esse dich auf! So besser? Ja, mach mal wieder dein Buch drunter. Ja, perfekt. Ja, mein Buch steht da drunter. Junge, ich bin heiß, Alter. Ja, was ist denn jetzt? Der ist ja richtig heiß. Alter, bitte. Wir haben vergessen, dass mein Champion 2 einen Spitznamen hat. Atlantik. Lass Kragas pick. Was ist denn jetzt los? Hört die Mucke aus. Kragas. Also Kragas. Die zweite Rotation pick war Ash, oder? Ja. Ich habe das Gefühl, dass die kleine Wichs... Ähm, Moment. Fuck. Ich vergesse immer, dass wir die Pick-und-Band-Wasser mit aufnehmen. Arschlöcher. Baut doch raus, die Wichser. Wichsköpfe. Ja, wir haben das Sperrmischke. Ja, wir haben das Sperrmischke. Wir sollten einfach Ash Trash gehen, Alter. Ja? Direkt reinballern würde ich das. Willst du den Support schon wegpicken? Ja. Wir haben halt für Sivir gehen, ne? Ach, Karma ist halt deren Support. Ja, es kann gut sein, dass wir sollten vielleicht Addie Sivir picken, das stimmt. Ja, die Frage. Wenn du sagst, du nimmst mit Ash ne Sivir auseinander, dann... Ne, nicht mal ansatzweise, ne. Okay, nimmst du mit Sivir ne Ash auseinander? Ne, ist ne evenlane. Ja, nimm Ash. Dann will ich auf jeden Fall Ash haben. Ich kann auch für Nami gehen, by the way. Dann haben die halt Ash, dann haben die halt Karma Sivir, ne? Aber... Ist die Reins stark? Ich würd still bei fucking Trash bleiben, also ich weiß nicht wieso. Weil jetzt Panik ist. Ja, ich auch nicht. Ja, dann macht's first Ash, okay. Shisha rauchen, kenn ich immer ein bisschen. Was machst du? Du rauchst? Boah Alter, zelebrierst du einfach den Drogenkonsum auf Instagram oder was? Ich mach ein... Hast du das gelesen in der Diskussion bei mir? Ich kenn generell jeden Kommentar unter allem von euch. Ja? Ja. Was ist denn der drittneueste Kommentar unter meinem... Und so... Irgendwas mit Burst find ich jetzt schon nice. Wie wär das, wie wär so ein Vladimir oder sowas? Ich dachte jetzt eher ein Oriana, oder sogar eine Morgana, wenn du oben noch Damage dazuholst. Oriana wär aber echt nice mit Elschuld, oder? Ne, ich will Shen spielen. Wenn du Shen spielt, brauchen wir irgendwas mit Damage auf jeden Fall mit. Dann gib mir mal ne Cassio, oder? Oh, Cassio wär gut. Cassio wär echt gut. Oh, süüss. Was pick ich dann? Ja, ansonsten ruf ich Tristan an, dann wechseln wir dich ein. Ey, lass doch... Wie einwechseln? User disconnected from your channel. Alter, das ist immer sein klassischer Move. Ey, in jeder verfickten Pick-und-Mark-Phase. Letztes Mal war ich es. Sorry, aber mit so einem Trekking- und Relegation-Spieler will ich hier nicht verglichen werden, ne? Johnny macht das jede Woche. Boah, das hab ich auf Band. Ja wohl, ich mein... Das wird ne richtig geiler Fried. Ich kann sie gehen raus. Jaaa! Oh! Missverständnis. Ja, die haben Zett. Was haben die eigentlich? Die haben Zicks. 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 Ohne Witz. Ey, ich hab sofort Rune-Page geändert. Ich würde vorschlagen, dass wir uns alle danach anal durchnehmen. So, meine herzlichen Damen und willkommen. Hallo. Ey Johnny, was machst du da? Weil du zu spät warst, bin ich auf dein Position gegangen. Ist doch gut. Nee! Kutscher. Okay, alles gut. Oh, da ist mir jetzt alles zu riskier. Ich bin 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 jetzt alles zu riskier. Ich mach das ja immer. Ja, Verwar gibt's auch oft. Moino. 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 Lancer auf Six ist halt so ne Sache. Gut, bei dem Arrow aber verständlich, ne? Ja. Naja, aber das... Ist mir dann die Kapuze auf Solar. Der kommt die ganze Zeit Leute rein. Der kommt die ganze Zeit Leute rein. Warum hast du Haunter aus... Äh, mach Ate da dabei. Mann. 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 Wer, was? Ich? Ja, ja. Ich glaube das noch. Wollen wir trappen oder wollen wir Golem ist... Egal, fürs nächste Mal, nimm einfach das andere. Hä, die hab ich bisher immer mitgenommen. Ja, Golem ist ein Scheiße. Weil die auch traden können so immer trappen. Ja, halt nur, nur ein W in Autotrack so... Moment mal, ich nehm die immer mit. Oder, oder... Ja, Max Mann. Tut mir leid, Max. Aber... Ja, jetzt ernsthaft. Aber okay. Ja, ernsthaft dann andere. Ne, ne. Ja, weil ihr das... Ja, weil ihr das... Ja, weil ihr das... Leute, ist komplett egal jetzt. Das für ihr... Ja, ne für das nächste Mal. Ich muss es doch wissen. Ich weiß, die waren nämlich toll oder... Ja, das machen wir nächste Mal. Ja, auf Kragas nimmst du wirklich das andere. Okay, weil... Wie gesagt, das ist... Okay. Auf Reckside zum Beispiel halt nicht. Das ist halt eine der wenigen Ausnahmen. Ja. Er hat doch auf Top angefangen. Ja. Auf jeden Fall den Push. Okay. No. So. Jut. Ja, die wären auf jeden Fall früher zwei. Ja, wir sollten einfach chillen kurz. Oh, she is balanced. Ja, Dan Jungler hat auch Top angefangen. So. Können wir drei gegebenenfalls mitte? Ja. Kannst du den oberen anhalten? Ich probier's. Alter, die Custom Games sehen so komisch aus. Ja. Das ist ein Custom Games, das ist eh komisch. Also gut. Das ist nicht... Ja, egal. Ja. Ja, das wird auf jeden Fall keine spektakuläre Länge. Die pushen halt die ganze Zeit noch rein. Also nur 1 CS hinten. Passt schon, wenn wir da zu aufweicht halten. Na, auf Dauer werde ich wahrscheinlich ein bisschen in die einfallen. Rackside top. Ich fällt. Okay. Hast du auf oben? Hast du Level 3? Der hat noch kein Blubach. Geht zum Blubach. Geht zum Blubach. Geht zum Blubach. Boah, ich hab gar kein Leben. Max ist aber ziemlich laut und die pusht uns rein, ne? Okay, dann lass den. Ja, das kann ich zum Blubach gehen, ne? Wo ist nicht das? Max laus? Versuch ihn trotzdem zu lassen. Ich guck, ob ich ihn krieg. Der kommt vielleicht mit, ne? Pass auf, von links. Ja, danke. Ah, ich glaub, der ist top, ja. Ja, der ist wieder top. Der hat die Krabbe wahrscheinlich gemacht. Max, du musst langsam Base, damit du wieder aktiv werden kannst. Ich, äh, mitgehe in das Jungle, Alter. Ah, alles okay. Wolltest du uns exakt haben. Mal auf, Fins. So. Der hat hier gewordert, ne? Ich glaube, heute baue ich ein richtig schönes Cinderhulk. Der letzte Mal so gut gemacht. Nice meme. Könnt halt immer noch mit. Kommt halt immer noch. Der ist immer noch die Space quasi. Oh, ich stehe. Wo bieten sich Gangs an, Jungs? Kann's runterkommen, theoretisch. Top, top. Ich glaub eher Bottom, ja. Also überall, ja? Eigentlich überall, ja. Kann halt Lantern, ne? Müssen wir ein bisschen drüfen. Ja, dann komm ich mal Botlane. Aber den geben wir auf Karma, oder? Wegen dem Spellshield. Kommt drauf an, wie ich da reinkomme. Was wir kriegen, was wir kriegen. Ja, weil meine Botlane-Gangs sind ja legendär mit euch beiden. Ich denk die ganze Zeit, das sind Melee-Minions, man. Oh, ist das eine schöne Länge. Mittler in the Space. Okay, ich wäre jetzt da. Ja, die pushen jetzt grad rein. Die wafer jetzt gleich ein bisschen weiter. Gibt ihr hier Lantern ungefähr dann? Ne. Stehen ein bisschen weiter vorne schon, ne? Mitteln wir noch miss. Genau. Der ist geflasht. Oh, schade. Na, hättest du nur getrunken, wäre tot auf jeden Fall. Aber trotzdem. Rek'Sai ist wahrscheinlich gleich noch ein Blue-Buff. Ich kann Flash E. Ja, wenn du Flash E kannst, wenn du Flash E kannst. Rek'Sai wird bottom sein. Könnte sich so. Dann werden wir weg. Oder vielleicht sogar schon da durchgetunnelt. Versuch dir zu nehmen. Jo. Du versuchst es nicht, du machst es. Du bist ein Macher. Okay. Dix hat jetzt durchgepusht, kann sonst wo hin gehen. Okay. Lass keine Vision auf ihn. Bitte immer noch miss. Ich möchte das raus. Bitte immer noch miss. Bitte immer noch miss. Ich hole mal die Krabbe. Oh, ich bin halt drei Farben hinten, aber auf Dauer werde ich halt ein bisschen weiter nach hinten fallen. Ich könnte noch mal Bock kommen jetzt. Äh, die Relation haben wir miss. Probier, probier, probier. Auf wen dann? Auf Zivill. Auf Zivill. Okay, ich komme. Topline des Missers gesagt, ne? Ja. Flash E? Ja, 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 ja. Ja, ich habe ja die hier. Jetzt hat die Odd geflasht. Jetzt haben sie beide geflasht. Also ich bin wahrscheinlich auf jeden Fall sechs, bevor die Karma wieder flash hat. Da sollten wir einen Freekill drauf haben dann. Ja. Dann halte ich um jetzt irgendwie die Pressure ein bisschen. Ja, bis da. Wenn ich sechs bin, kannst du mal Bock kommen. Aber ist nach pushen? Ich würde, ich würde freezen. Also ein bisschen pushen. Das ist halt. Ja. Dann gehe ich kurz back, okay? Yo, yo. Kein Flash Stop. Okay. Bf. 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 ich habe ultimate ich bin vielleicht noch kann man den moment ja mal kommt aus durch haben wir haben wir haben wir keine anlage ich krieg den ich krieg den was auch ich habe keine lente wo ist die ich wusste ich dass kein länder gibt fakette der land dafür max ja das macht der sinn aber er hat einfach nicht im kopf gehabt rick oder nicht besser ich habe zwei bekommen extra auch noch her was haben die geblowt 6 hat geflasht xf tp aber die haben unten gar nichts geusehen wenn ich alles täuscht oder jetzt glaube ich gar nichts geusehen 40 hat 6 kleines benutzt weiß es nicht nicht theoretisch können wir das nochmal machen gleich die hat jetzt karl geholt also wir sollten im 2v2 wahrscheinlich sogar überlegen ja wir können wie sie reingehen ich habe euch kammer die sind auch kein flash oder am erdrach glaube ich ich bin bei ihnen ich habe ultimate ab also zu schnell ich bin aber wir können noch fighten ich habe ein 15 evo schade ich habe ein 15 evo zu viel gold um zu fallen ich gehe mal da ein bisschen wischen ich habe abo jetzt soll ich es auf die kamera mal probieren probier es probier es probier es in guter position aber der steht ziemlich weit hinter die holen gerade blue die haben schon blue die haben schon blue du wirst da gesehen ne rexler kann von hier rüber tunne ja aber 6 ist da oben ich glaube ich kann jetzt ein bisschen mehr akku spielen ja ich wollte warten bis flexei sich auch gezeigt ok ich habe hier unten jetzt ich freeze die lanes ein bisschen die haben jetzt wieder flashes aber ich weiß nicht wo 6 ist komm bitte ich komm bitte hier ist alles gekleert ich werde jetzt wohnen ich erro hier hin ich erro hier hin ich erro hier hin ja aber wenn der clans raus hat und dann trash ist oder so ist ja voll ok ja wir sollten uns den trotzdem eher für unten aufheben ja ich bin halt heftig safe so ich kann nicht wie sie bot was machen können ok müsste ich auch ein bisschen so aber ich kann bot ist halt kein killcut ich meine jetzt alleine macht es keinen sinn aber wenn ihr jetzt trash und gragas nehmen ja ne ist ja ok es gibt ja viele lanes die wenn sie älter raus haben bot ist immer noch miss ne die haben keine pressure mehr wir hatten nur die ersten paar minuten ein bisschen pressure was ist wenn wenn johnny und ich mal ein bisschen oh lol die sind top 3 top 3 top ich komm ich komm ich renne hoch ich machen das first block ihr müsst ja wölfe das ist zu spät ja das war nice von denen hier ist karma auch wir werden auch den blue buff contesten wahrscheinlich ja wollen wir da was gegen machen 35 das dauert das meinte die wölfe wenn du keinen smite zack hast dann lass die wölfe stehen ok ne die gehen da doch jetzt die gehen harald die gehen harald die gehen harald die haben uns die wave gecleared mit dem mitte mitte ich komm in diese mitte ich mach die wölfe dann sind die zu zweit nur bei harald wenn die überhaupt da sind ja die sind da die sind da ja kevin kann ich bin auf dem weg ich schneid ihr den weg ab damals da wir sind 2 gegen 3 2 gegen 4 gleich ok ok wir gehen rein wir gehen rein zivier ist nicht da zivier ist nicht da zivier ist nicht da ich bin halt nicht da ich bin halt nicht da ich bin halt nicht da ihr sind hier noch die sind noch hier ich bin auch gleich da bin auch gleich da bitte den harald passt auf aber zivier ist gleich hier ja ein bisschen hier nach links nach links weg kommt ihr raus kommt ihr raus ja kriegt ihr die schießen ero hier hin nice irgendwer helfen rexler 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 schießen ero schießen ero oh ich kann mal pass auf ich kann dir nicht mehr helfen nice ich kann noch schild geben eventuell so wenn das kann ja mach 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 aber nicht ah obwohl doch 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 guck 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 aber 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 ich bin halt fucking low ne ist mir egal kevin dreh um ja nein nein machen wir ich merke im selben moment dass es totaler bullshit ist einfach nur ok was machen wir jetzt aus der situation aber geil die cv hat da auch unmenschlich die calls kommen immer über mich Leute die können immer mit riot sprechen ob die noch ein paar mehr kriegen die kleinen dickkinder hier was mit cv die hat jetzt 30 farm und 2 lieber weniger die cv die ist richtig geil jetzt ja dann lass die doch mal unten schön diven johnny ne ich hab keinen dive champs ich schild jetzt mal ich hab keinen grund hier zur overextend lass mal sola bitte zu wort kommen ja wollen wir swappen kevin jo ich glaube wenn wir zu zweit top sind äh top sind das passt ich kaufe mir jetzt urges ie ne ich muss das irgendwie carry mit meinen 3 kills oh du hast 3 kills aber johnny auch 3 0 3 0 2 nice ich hab einen 25 arrow flashy lad ich hab ich hab einen 2 minuten arrow warte wieso sagen wir das alter wie geht das mit alt ne alt einfach drauf zeigen no joke viel einfacher zeig arrow die gruppen wohl mitte hier oder ich komm mal runter johnny wollen wir was machen oh hier ist karma ne 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 ja wir müssen halt immer dran denken dass wir auch gar nicht so schlecht scalen ne also wir müssen keine fights unbedingt forcen ja wir können halt gucken wann sie das ist auch nur wasser das ist auch nicht soo wichtig dann okay wahrscheinlich ich weiß schon was wir bei objective star sein sollten hast du arrow wenn wir halt vorher objective sind sind wir safe blubuff johnny äh gragasmus äh fuck ich wollte grad den bluefield ne geh runter geh runter ich kann blue solo machen komm runter was macht äh leute oh dear shit ja was denn kevin ja das darf nicht passieren halt was grad passiert ist move runter ist mir schon bewusst dass ich nicht jemanden gegen die sterren darf du hast du nicht erzählen ich bin auf dem weg ne ich mein diese diese hier ja das ja aber das musst du eher sagen ja aber das musst du eher sagen ne ich kann nicht mehr sagen ne eher dann hat die vielleicht doch dann warden gewartet bis sie dich da gesehen hat keine ahnung ne du kannst ja nicht rotaten ich brauch halt entweder zu ball oder in den jungler ja ich wusste halt nicht dass ein warden ich dachte dass sie dich nicht sieht das sind halt Dinge die ich nicht weiß die ich nicht weiß so was kann ich hier jetzt machen soll ich dir einfach helfen oder also ich kann top nicht alleine treffen die rega kam nicht tower da war richtig easy ja ich geh einfach wieder top das macht einfach keinen sinn so kevin du musst mir halt immer sagen was ich machen soll aber ich kann das nicht ich kann das nicht ich kann das nicht sagen gut aber ich hab halt nicht die erfahrung wie du ich hab keinen plan wann ich um sein muss wenn ihr switcht oh mein god ich geh hoch ich geh hoch fuck das die hat einfach da geratet die holen ja fick dich doch ja fiktig doch ich mein huld raus ich hab sie nicht nicht hildi warte ich komm ich oh mein gott hat sie aber nicht gesehen ich komm ich komm ich komm ich bin da Lenderts hoch! Nimm du! Mein ult war ein bisschen overused Wir kriegen den von Drake Wollen wir zum Harald gehen? Ja, wenigstens Harald Der Harald ist vielleicht sogar mehr worth als der Ocean Drake Ja dann go Gib gleich Lendert und Johnny Nee, brauchst du nicht Wir brauchen mehr für danach Ich hör keiner da Keinen bot lane, ich darf nur allein, die werden mich zeigen Weil wir haben zwei im Turm stehen unter den Gragas Und Trash gehen runter Die wollen mich trotzdem da Ich hab Ultimated Sub Vier Bot Vielleicht kannst du sogar in der Nähe bleiben Ich weiß nicht, ich hab Ultimated Es sind vier unten, ich kann nicht in der Nähe bleiben Mach Hawkshot schon mal, damit wir sehen, wo du sie Hab ich cooldown Der Tower ist wahrscheinlich, der Tower ist down Wollt ihr die fighten? Können wir die fighten oder eben? Ja wir haben halt Channeled Up, ne? Und ich komm von dem Chased mal Chased mal Irelia ist mit da Ich bin da, ich bin da, hinter uns ist TP Hinter uns TP Nice Komm zu mir, komm zu mir Komm zu mir, komm zu mir Der Thorn hat gesessen Ich mach dich, ich mach dich, ich mach dich schon Irelia, 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 Irelia Sieg hat keinen Flash mehr Oh, das hat alles gemerkt, schade Ja, gleich Aber war trotzdem gut, war trotzdem gut Wir müssen Turrets jetzt bekommen Bitte, bitte, bitte Bleibt optimistisch, ne? Sieg hat keine Flash und ist slow Sieg hat keinen Flash und ist slow Im Vergleich, was Sola hier rausnehmen kann Ja, Sibir ist komplett justis und so lange müssen wir es echt ausnutzen Bei dir haben wir zum Glück keinen Tank großartig Ja Irelia kann ich auch one shotten, aber Oh, die Wave? No Toplane ist ne dicke Wave Da wird wahrscheinlich... Und du musst dich den Fall, Sola, du musst den Fall immer zu mir Ich kann dir übelts den Arsch Ich konnte den rauskicken Ja, ich weiß Ich mein nur generell Ja, verstehe ich Aber wer sonst halt so andere Cops spielt, wo ich immer froh bin, wenn du nicht bei mir bist Deren Blue-Buff ist up und Six will back gehen Für mich ist die Willkommen gleich 2,3k Gold 25 Euro Ich bin ultra fett, ne? In Fights, wenn... Solange ich lebe, können wir die... Dann peel ich für dich Ich hab eben die Irelia komplett rausgenommen aus dem Fall Jetzt könnt ihr top gehen Oder ich getopf, oder was? Ist nicht so richtig Jetzt müsst ihr die eigentlich top gehen, um den Top-Turm zu pressern Mhm Weil Irelia bottom war Ich hab Ultimate und 50 Ich hab Arrow up, Heal up Ich hab Exhaust und 80 Ja, lass was forcen irgendwo Was ist mit dem Blue-Buff hier? Ne Wir haben grad ne Dual-Lane auf der Top-Lane Wir können jetzt nicht Ah, wenn... Hier, Kutscha kann grad roamen Ja, ich werde Sola hier noch ein bisschen Vision geben Hier kommen Karma 3 Leute Mitte, du musst raus Pass auf Irelia von unten Wir haben hier keine Vision Das heißt, du kannst nicht im River gehen Die Irelia hat ja keinen TP Wenn die alle bei euch sind Kann ich den Tower für früher putzen Oh, hier ist die Irelia Das ist genau das Problem, deswegen untenrum raus Kannste... Raus, Raus, Raus Die gleich da, Max Okay, bin raus Und ihr kriegt die Wir sind bei euch, wir sind bei euch Alle, alle, alle Okay, ich krieg den Tod dann Ja, dann nimm du den Tower Sie werden wir noch nicht gesehen Sie werden wir noch nicht gesehen Sie werden wir noch nicht gesehen Aber vor der Rauszeit kann ich Angst haben, so Ja Und ich hab auch Ulti Ich hab auch Ulti in 7 Sola Falls Sache Falls... 1 1 Ok, rennen, rein, rein Ich laufe Ich laufe Wir können hier fighten Vielleicht kannst du follow Eventuell Warum läufst du? Kann ich machen Ich hab versucht, ob sie hinten... Ok, ich push mit rein Komm, komm, komm Ja Ich bin bald da, ich bin bald da, was wenn wir die einfach feilen, was wenn wir die einfach feilen. Ich bin auf dem Weg, ich hab keine ult. Ich bin gleich da. Oh no. Ich hab zwei Sekunden, ich kann oben rum gehen, ich kann oben rum gehen. Nice, einfach Reksei. Ich komm für Sivir, Sivir chasen, Sivir chasen, Sivir chasen, Sivir chasen. Ich hab sie gleich. Trinkets, 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 Porta Vision. Ich hab Realized, die ist tot. Nice, nice. Barron ist zu risky, oder? Ja, Barron ist zu risky. Wir werden Turm holen, Turm holen. Kann wir tanken, damit der Minion nicht stirbt? Ich kann nicht tanken. Ich kann auch ein bisschen tanken. Ja, ist zu spät. Ich kann auch so tanken, das ist nicht so. Ich recull an Ort und Stelle. Alles klar. Das ist ein interessanter Code. Damit hat irgendwer die Minions bloßt. Alter. Alter. Ich werde mit 400 HP sicherlich nicht die Minions blocken. Wir haben Bock ne riesen Wave. Ja, die Minions kann auch klar mehr RIP gewesen vielleicht. Dix hat keine Ult mehr. Also, Botlane muss jetzt gleich jemand hinlaufen. Können wir Mitte Hard Pressuren jetzt? Nee, wir können nicht, wir machen es. Wartet, ich versuch oben ne Trap. Chit. Globuff ist gleich ab. Probier oben immer noch ne Trap, also warte kurz. Evo 5, Evo 5, ich hab gleich Evo. 4. Ich bin nicht da. Wollen wir die Rehe abholen oder was? Wollen wir ein bisschen hier so wischen? Die muss leider noch mal kurz base, Jungs. Ich hab für die Trap ein bisschen Crasher verloren. Tut mir leid. War nicht, Wolf. Und in meiner Nähebelfs kann ich bloß ein Quitscher. Ach du ne? Ja, warte, ich muss hier grad ein Ward reinstellen. Ihr seid 4 gegen 5 Kader. Pass auf, die rotiert die Sivir von unten. Ich roll deine, ich roll deine Lente. Blu-Waff direkt oder erst hier zur Sache kommen? Ne, wir crashen einfach so. Ich hab Evo. Gehst du Warden da, Kevin? Oder soll ich? Ja, ich bin Warden. Hat der Cleanse? Weißt du das? Wer denn? Wir einfach mal von aus. Ich hab in 25 Ultimates. Ich hab dann höchstwahrscheinlich, wenn wir keinen guten Engage sehen, den Evo für die Irelia oder so. Kann wir hier einfach so warden oder hier oder so? Und dann nach unten. Wenn die Engage so ein bisschen, wenn die Engage nach unten rechts raus. Ja, das war gut. Ich warp dir in Fights, ne? Doppeltelt besser. Äh, ich hab da eigentlich ganz guter. Ja, die haben halt voll den Clean. Ich hab 5 Ultimates. Ja, wir können nicht gegen die pushen, das ist unmöglich. Okay, wir gehen zum Blue. Ich komm mit. Aber wir müssen nur umaufpassen, die Regeln ist wieder da. Drake ist in 10, Drake ist in 10. Ja, dann machen wir Drake, komm. Ja, können wir also auch Deforcen. Vielleicht können wir hier, 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 hier. Ja, 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 ja. Äh, Six wird hier enqueuen, das ist so Standard. Ja, vielleicht nicht. Äh, vielleicht nicht. Die gehen vielleicht Baron, die gehen vielleicht Baron. Nein. Die haben Erdbrache. Der war keine guten. Haben wir hier einen Blue, äh, Trinket? Ja. Ja. Wir brauchen jetzt keinen. Ah, ne. Nur das aufpassen, dass wir's machen könnten. Okay, wir brauchen hier ein Ward und hier ein Ward. Ich würde jetzt nicht einfach rushen. Wir sind so nötig, bis gut in Position. Ja, danke schon. Okay, okay. Du musst halt aufpassen, dass die nicht zum Baron rushen, ne? Die haben Erdbrache. Ja, aber das sehen wir, das sehen wir. Und so hochschneiden sich die auch nicht mit Six. Hallo, Drake. Ja, ich bleib hier zwischen. Ja, ist ja schon gut. Botlane, 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 botlane. Ah, ne. Six ult, Six ult. Nicht baiten lassen. Was mit dem Blue? Geht mitte. Die nehmen die Wave einfach raus und gewinnen das, den Push Base. Das ist so annoying für Makroplayer. Äh, die missen alle, ne? Haben wir einen Blue Trinket für Baron? Nee, das ist keiner. Aber die können nicht am Baron sein. Aber wir brauchen da trotzdem nicht. Oh, wobei, doch. Also wir wissen auch. Wir wissen nicht. Nein, Sibi botlane. Sibi war, wer hat das ja gesehen? Ja, ich hatte nur Rek'Sai Sibi. Äh, komm, ich bereite dir jetzt mal einen Blue Bar vor, dann kannst du ihn nochmal abholen. Wir können, wir können top rotieren. Wir können top rotieren. Dann kein... Ich peekboard hier drin. Okay. Aber du bist... Du bist ab welcher der Flash und alles ready. Lass mal bitte die, damit ich Mana hab. Ja, ich bin Mana. Die laufen gleich hier hoch. Wollen wir die hier abfangen? Die werden uns nicht wechseln. Kann die Rede, Aaron? Soll ich? Ja, mach, mach, mach. Go. Schöne Arrow. Max bleibt bei mir. Rek'Sai. Okay. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ja, ich weiß. Okay, pass auf, so leid. Pass auf. Okay. Nicht so deep, nicht so deep, nicht so deep. Weiter, weiter. Weiter, weiter. Ich komm da nicht durch. Okay, nice, 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 nice. Immer weiter. Die Lane muss mal nach vorne spielen. Den Jungle auch. Bitte lass mal wieder rotieren, lass weiter rotieren. Rett drauf. Rett drauf. Rett drauf. Rett drauf. Rett drauf. Kommt. Oh, der knallt. Ich denk da, ich denk da. Fuck, Alter. Pass auf, Kucha. Pass auf, Kucha. Kucha, du brauchst nicht viel Lantern. Ich muss Blaze, ich muss Blaze. Ah, ich hab Ultimate. Okay, dann lass abbrechen. Dann lass abbrechen. Wie viel Gold hast du, Soda? Willst du auch Blaze? Bluebuff dann? 1000. Ne, nicht unbedingt. Ja, ich hab einen guten Recoil nach Bluebuff, dann kannst du eher die Lane im Zweifelsfall nehmen. Jo. Hol ich mir eher Runduins oder was anderes? Runduins sind extra slow. Fursen Hard wäre hier auch gut, ne? Fursen Hard wäre auch gut. Das stimmt. Ich nehm lieber Runduins. Irgendwie. Oder, oder. Wenn du die Active ausspielst, dann ist Runduins ziemlich nice. Ja, eher spiel ich aus. Das ist das Selbstvertrauen, was ich mir wünsche. Ne, Runduins krieg ich immerhin. Schaltet eher so an. Ne, ich hab jetzt hier ausgebaute Mana, ich ähm. Äh, Solar willst du einen Redbuff? Hab ich grad noch. Aber ich komm mir gleich selber dann. Ne, lass den wir da. Okay, das Recoil Timing war viel besser als... Was ist mit Baron Forcen? Ich mein, wir müssen ja nicht unbedingt machen, aber wir sind Teamfight technisch so viel stärker. Ja, wir können halt echt... Wir können catchen. Ja, eben. Ich schieß einfach mal ein Level in die Mitte, ich probier einfach mal. Warte, warte, oh. Ne, ne, dann ist ja der Pressure weg. Okay. Ja, der hat halt uns die Sieg von Cooldown. Könnte sein, wenn die einmal kurz pennen oder so. Ah, sorry. Weiß nicht so gesehen. Neu. Auto-Attack? Neu. Ich hab nicht meinen Auto-Attack durchbekommen. Warte, fuck. Okay, wollen wir jetzt hier... Da hat immer noch Bot. Da hat echt ein bisschen Pressuren am Burn. Können wir echt machen. Können wir die Crap immer... Da, da, da. Hier ist noch Bot. Aber wenn wir zuerst... Wir können den sogar machen, oder? Sind nicht zwei Bot-Card gewesen? Ja. Hab ich's nicht gesehen. Besser nicht. Okay. Okay. Können wir die Wave mitnehmen, bitte? Damit wir... Ich push kurz Top raus. Vorsicht. Hier ist Rexhaar. Rexhaar wollen wahrscheinlich hier rein. Dann geht der raus aus dem River. Oh, yeah. Können wir den hier einfach weghauen, wenn die ankommen? Hier, da kommt der. Ne, ihr seid nur zu zweit. Ne, das ist ziemlich tanky. So laut Kat gesagt, der pusht die Top-Line raus. Ja. Und ihr habt zu zweit überhaupt keinen Damage. Ja, was, wenn wir die jetzt holen? Stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Also nur zu dritt. Stehen bleiben. Okay, Mitte, Mitte, Mitte. Are they safe? Ja. Ja, ja. Die Boards, den ich hier grad gestellt habe, brauchen wir immer, wenn wir dieses Nash-Game machen wollen. Weil die Mit-Line halt so übelst wichtig ist. Und wenn wir sehen, dass die, die mit rauspushen wollen, können wir kollapsen. Ich hab wieder Arrow. Boah, Cassius, das ist so geil. Alter, wie schnell hast du den Arrow ab? Holy shit. Und die Top-Line reinpushen? Ja, die push's low, okay. Wie viele Wards hast du? Einen hab ich nur noch. Ja, ich probier hier was. Ja, ich versuch hier mein Ward zu stehen. Jola Redlocket? Jo. Okay, wir haben ne dicke Top-Line, ne? Und Kevin hat unten gleich... Gut, dann muss Kutscher, äh, da muss Max wieder zu Kutscher, damit die zusammen Division holen können im Zweifelsfall. Das Problem ist, meine Wards sind alle. Meine auch tatsächlich. Aber wir haben ja ganz gut ausgebaut. Wir müssen auf jeden Fall jetzt was forsten, denke ich, solange wir vorne sind. Das Ding ist, dass wir auch ein gutes Scaling haben. Aber die ja auch. Das ist nicht so, als wenn... Nächste Drache ist Fire, damit wahrscheinlich. Ja gut, aber unabhängig davon sind wir ja gerade ziemlich weit vorne. Ja! Ja! Ne, ne, ich kann sie nicht töten. Okay. Ich bin hier in der Mitte. Was ist, wenn wir hier schön mit deiner Arrow decken? Wenn du eine Ui triffst, ist jemand tot. Ja eben, weil den kann ich dann... Ja, ja, ja. Ja, aber das ist keine Team-Taktik, sondern... Komm mal, komm mal hier rein, komm mal hier rein. Da ist noch Rex irgendwo. Lassen wir den Drag, äh, den den Blue nennen. He, he, he. Ja, ja, ja. Na, schade. Hat mich gestunnt. Können wir auf Erelia? Ne, ne, Moment, die ist zu schnell. Wir können trotzdem bot, 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 bot. Ja, nur auf Six-Ultacht. Nicht mit den Minions gucken. Da muss ich entscheiden, entweder wir oder die Minions. Mega Call. Hier in Ward, hier in Ward, hier in Ward. Hab keinen, hab keinen, hab keinen. Okay. Danach raus. Okay, ne, 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 ne. Fight, 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 fight. Ireda, 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 Ireda einfach. Ireda ist down. Nice. Oh, schade. Vorsicht, 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 Vorsicht. Mitte, 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 Mitte. Ja. Ihr geht Mitte, ihr geht Mitte. Wir haben keine Ward's mehr. Hast du einen Smite ab? Ja, aber die Wölfe sind nicht ab. Okay. Danke. Ich hab einen Hawk ready. Zwei Hawks ready sogar. Geht ihr Mitte? Geht ihr Mitte? Ja, ja, ja. Ich dive die vielleicht weg. Wenn die nur zu zweit sind, darf ich die jetzt weg. Ich hab Ultimate. Ich hab Ultimate. Ich bin nicht zu zweit. Dive, 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 dive. Mach den Tower. Ja, einfach Tower, oder? Warte, 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 wir haben einen Key. Ja, ja. Oh. Weiter, 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 weiter. Alles gut. Ich kann einen Flash tonnen. Ich kann auch Flash hooken dann. Den Arrow, den Arrow. Ich kann auch Flash in. No. Komm halt nicht durch. Ich komm halt nicht hinterher. Okay, pass, pass, pass. Keine Minions mehr. 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 Wir können den Tower noch nicht mehr. Was ist mit dem Drake? Erdrake, Erdrake. Wollt ihr ihn noch machen? Feuer, Feuer, Feuer. Hier, hier kommt der Hammer. Ich gebe weiß, ich hab TP ab. Kamer, 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 Kamer. Ich hab Flashy. Kamer ist geslowt. Ich hab keinen Ward für Kevin. Nee, das passt. Ich hab ja ein Pink Ward da stehen. Pazzaa. Really? Drake, oder? Mach Drake, ja. Mach Drake, ja. Ja, irgendwie bin ich gerade gestuckt gewesen. No joke. Hä, warum? Das macht man bei Gegnern. Oh, das war ein Scheißsmite. Was ist mit Sivir? Nee, ne? Äh, die ist gerade Richtung Baron gegangen. Die Sivir? Ja, ich schieße einen Hawkshot aus. Ich schieße einen Hawkshot aus. Ich bleib mal, so lange. Die sind dran, glaub ich. Ich glaub, die sind echt dran. Die will die Krabber machen. Nee, die haben eine Krabber. Wir können die trotzdem machen. Die will kein Schild. Da kommt die Reha, da kommt die Reha. Nimm die Krabbe, nimm die Krabbe, nimm die Krabbe, nimm die Krabbe. Gut. Yo. Ich will toplane. Lube? Ja, er ist toplane. Ich kann den Solo machen. Ich geh bottom dann. Warte, ich brauche noch ein Reinwort. Und ihr baut jetzt euren Baron auf. Und so top, top mit der Turm. Irelia ist full damage, ne? Ja, ich kann die, ich kann die wrecken. Die platzt auch übel, ja. Jaja, ich mein ja nur, wenn die einmal nicht rankommen, ich in zwei Sekunden. Hast du ja eben gesehen. Du musst wieder, versuche meinen B zu stehen. Ich werde einfach für dich spielen. Ah, ich bräuchte 100 Gold. Warte, nimm die B. Nimm die Wave, nimm die Wave. Nimm die Wave, nimm die Wave. Ah, okay. Ich kann die Wave nehmen, oder? Nicht, dass hier gerade Slowpush geplant war oder so. Ich hab Arrow. Wenn du halt irgendwie das Schild baiten kannst, welches wär halt richtig sick. Ja, das geht halt leider klar. Mit Noko oder irgendwas, genau. Top mit Slowpushen jetzt? Ja. Wir müssen jetzt wieder ein bisschen Vision gleich aufbauen, wenn Max da ist. Ja, warum Tom Side, ne? Ja, warum Pink? Hier ist geworden. Hier, hier, hier brauchen wir überall Vision. Lass da rein, Kutcher. Lass da rein, bitte. Der hier ist wichtig. Lass da rein. Lass da rein. Lass da rein. Ich hab noch eine Weibern. Was hast du? Bei Erschwür. Ja gut, dann haltest du mal vorne, damit ihr deinen Rest anlässt. Bestimmt ein Weibern. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Guter Call. Nehmen wir die Wave. Da hoch. Unten fightet. Ja, der fightet. Die rennen da wahrscheinlich hin. Was wenn da gleich alle hinkommen? Top, 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 top. Top. Die haben sich nicht entscheiden können gerade. Ja, ich glaub den haben wir. Ja, ja. Pass auf der Max, ne? Der Max. Ja, ja. Alles gut. Kann ich schauen, ob sie kriegen wir können? Aua. Okay, nächste Wave. Ist schon da. Der hat dich schlecht gemacht. Die Old. Achtung. Flash knock-off aufpassen und sowas. Hey, raus. Ja, ich hab die damage bekommen. Ja, ist okay. Ah, die Old eigentlich. Ah, die Old eigentlich. Ah, die Old eigentlich. Ah, die Old. Können wir so vielleicht... Können wir vielleicht Burn Threshern? Nee, ich muss base. Ich will, ich will immer fairer base. Okay, dann. Paris müssen base. Max, du nimmst die Mid-Wave. Ja, ja, und dann geh ich runter die Route. Okay, ich geh jetzt base. Dann geh ich noch einmal den Red Buff clearen. Und dann können wir gut und nämlich ziemlich strong. Ich bin fucking insane strong gerade. Also... Ja, das geht uns allen so. Nicht feierlich, was dir an damage kommt. Guck mal, vielleicht fällt sie darauf rein. Vielleicht denkt sie, der Hawk-Shot ist ein Arrow. Ja, der Skin ist aber auch behindert. Der Skin ist auch behindert. Das ist ja eine Drohne, die E. Ja. Ja. Ist das ein Project Ash? Nimm die Milis. Nimm die Milis. Ja. Ich troste aber aus, Alter. Alter, ein Maul, du Fricker. Das war echt keine Absicht. Ich dachte nicht, dass das reicht. Ich wollte dir eigentlich helfen. Okay, wollen wir nochmal Mitte angehen? Wir haben jetzt gerade echt dicke Power Spikes. Ja, deswegen. Oder wir baiten halt den Barrel wieder, aber... Ja, es ist ja auch... Langsam, wir machen auch echt viel damage am Barrel jetzt. Der Six hat aber... Ja, eben. Ja, wir müssen aber immer Mitte pushen, um dann in die Stange reinzugehen. Also Mitte ist der richtige Core. Heil deinen Maul. Zügel deinen Hammer. Auf geht's, Boys. Ich hab mir grad den Finger vorgestellt. Push nochmal Top aus. Oh, ich krieg den Warp nicht. Komm hier noch? Ah, der Top ist ein Slowpush. Nevermind, der Top ist Slowpush. Hier ist ein Warp drin, der genau unter Barrel steht. Ich hab den nicht angegriffen bekommen. Ja, ich hab nur einen Pink. Danke. Ja, wir können ihn halt nicht an... Hier ist kein Mord. Doch, doch hier. Ach, da leuchtet man zu ihm. So wollen wir. Mit dem Wave wieder. Ich könnt auf ihn... Wir können den halt echt... Ich hab das Gefühl, ich sag jedes Mal dasselbe. Wir können den... Wirklich, glaub ich, machen. Ja, wir machen den halt echt super schnell den Barrel. Wir müssen aber halt den mit kleinen Wave vorhaben. Ich könnte auf die Arena kollapsen, Kevin. Läuft. Hat er, oder? Ich komm hoch. Er ist einfach tot. Johnny fängt gerade an zu... ... und zu laggen. Bei mir nicht. Okay. Können wir einfach anfangen? Wir haben keinen E-Game fix. Alter. Da, wir hören dich. Da kommt Reksal. Die Wissens, die Wissens, die Wissens. Ist ein Abbruch, oder? Nö, warum? Ire ist doch tot. Er ist halt 50-50, ne? Er ist halt 50-50, ne? Mach den Mord, mach den Mord, mach den Mord. Wir lassen rausgehen. Das ist nicht wert, das brauchen wir nicht. Kein Damage. Trust it nicht. Okay, und jetzt gucken. Wir können einfach mal retten, ne? Die Wissens halt immer noch. Ja, wir müssen halt die Worte hinter dem Weg machen. Ja, okay. Das ist ein Rester. Jawohl, lass das durch. Go, 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 go. Oh! Ja, warte. War das jetzt 6-Ult? Und was noch? Ne, das war ein Q-Ult oder so. Da war ein 6-Ult. War ziemlich lang auf 100 Leben. Egal. Passiert. Nächster Drake, 40. Ist er da. Ja. Könnte halt nicht die Bälle machen, wenn er die ganze Zeit ein Ward drin steht. Ja, aber die sind ja weggegangen. Die Ult kam halt übel, übel, übel. Ja, dann müssen uns gucken. Wollen wir vielleicht kurz pausen und TS wechseln? Ich hab doch einen Hawkshot gemacht doch. Liegt das am TS? Keine Ahnung, vielleicht. Ist doch nur Johnny. Ja, das ist ja nur Johnny. Ja, ohne Witz ist die richtig jetzt gerade übel. Nur kurz Frozen Heart. Bacon 15. Den sollten wir auf jeden Fall versuchen. Die Rallye ist gerade top. Hat er bei TP ab? Johnny... Okay, ist da. Der bewegt sich nicht. Wollen wir jetzt einfach den... Kannst du noch reden Johnny? Johnny, sag mal was. Ja, ist frei. Okay. Hör bitte wieder auf. Ich weiß es nicht. Okay, top. Ich geh mal weg. Oh Scheiße. Nehmen wir den jetzt oder nicht? Oder was machen wir hier? Der wechseln einen runter. Wir sollten, wir sollten baiten und engagen und diesmal nicht... Wollen wir... Ich mach mal Pause. Wollen wir TS wechseln? Wollen wir schon runtergehen? Ja, das können wir testen. Es war wieder unlucky timing mit dem Baron. Ja, machen wir ihn jetzt oder nicht? Und Johnny versteht man nicht. Ich war übrigens eher für Nein. Ja, ich wusste halt absolut nicht, was die Sache ist. Dann kam auf einmal die Ult und... Weiter geht's. Okay, was sind unsere Pläne jetzt? Wir haben gerade Nash und wir wollten bei Elder Drake fighten. Ja, eben. Der Nash ist doch völlig irrelevant am Elder Drake. Ja, das gibt Stats. Ja, und zwar nicht zu knapp. Ja, aber es ist nicht so, als ob die Fights knapp sind. Aber wir gewinnen die ja übel eindeutig. Hast du schon gekämpft seitdem die Baron haben? Wir haben alle mindestens eine... Ja, ich würde ihn vor Save einfach abwarten. Das sind zwei Minuten oder so. Wird jetzt nicht vier Minuten, die einfach nur auf keiner rechts. Ich unpause jetzt, ja Leute? Ich glaub nicht, dass wir Pass-Off spielen müssen jetzt. Ja, aber wir müssen nicht Elder Drake machen. Wie bereiten wir jetzt unseren Pushs vor? Was machen wir da? Ich geh erstmal weg. Wir behalten einfach Division bei Elder Drake. Ja. Wir behalten die Lanes zum Push. Ja. Und dann geht's weiter. Okay. Ich hol mir Guidance Angel, oder? Nee, der ist top. Kevin, was meinst du? Ja, ja. Was dann? Oder Siserod? Oder Siserod vielleicht. Auf Frozen Heart gehen. Echt Frozen Heart? Also in Elder Drake eigentlich. Macht der mehr oder weniger schon als ein Baron? Elder Drake macht mehr, aber er hat nur zwei Minuten. Echt? Der macht doch nicht mehr. Ja. Er macht halt eins Solo-Damage, so. Eins Solo-Damage. Okay, das heißt, sobald der Baron aus ist, Baten wir halt schon um Elder Drake, ja? Eine Minute nach. Ja, das war richtig hart. Aber dann auch kein Fifty-Fifty-Ding. Ja, okay. Wenn die Vision haben, gehen wir ein bisschen ein. Ihr müsst halt aufpassen, die Six-Ult macht insane damage auf das Spiel. Ja, ja. Ja, vor allem hat er die eben übel früh gemacht, aber dann kam irgendwas. Wir benutzen den Elder Drake ausschließlich zum Baten. Wir zählen ihn auf gar keinen Fall durch. Da wird nur gebaitet und dann bei erster Gedenheit hart reinengaged. Ihr könnt gleich Irelia catchen, wenn sie den Top-Gate kurz machen. Ja, ich würde eigentlich gerne mal neue Vision holen, äh, neue Wards holen. Passt mal kurz auf, ich muss ihm weg. In 700, äh, 800 habe ich BT. Die hat jetzt Last Whisper, die macht jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr damit. Push mal eben Ward-Lane rein. Okay, alle sind... Eine Minute noch. Eine Minute noch. Das hier ist der Jungle, wo wir die Vision deline müssen. Hier ist gewordert, Rex ist Top-Set. Hier ist kein Ward, da ist noch ein Trinket drin. Geh da mal rein. Oder halt ich geh und du gibst mir einen Lantern. Ich hab noch ein Pink-Up, da ist noch ein Ward. Wir müssen die Ward holen. Wir müssen die Ward holen. Wir müssen noch den Ward holen wollen, der ist in 10 Sekunden da. Ja. Ja. Der ist jetzt weg, der Warn, oder? Ja. Ja. Seid ihr haben noch die... Wir könnten jetzt eigentlich add a drag rushen. Hier noch einen Ward rüber stellen, dann sind wir safe. Ich hab keinen mehr. Hier steht noch ein Trinket irgendwo. Ich hab noch keinen Fall. Okay, Lantern, Sola. Also machen wir ihn jetzt doch, oder was? Lass das machen, lass das machen. Lass das machen, lass das machen. Lantern. Okay, go. Max Lantern. So, sorry. Ich dachte, die warten. Ja, aber warum... Was machen wir jetzt mit Sola? Sola muss außen rum. Ich dachte, du gibst mir Lantern, was? Ja, ist doch egal jetzt. Wir sollten engagen, ne? Just hang. Wenn sie wirklich kommen sollten. Ja. Aber wir brauchen viel länger, als ich dachte. Wollt ihr abbrechen? Ich guck mal. Nicht so alles safe, oder? Ja, nicht so. Ja, nicht so. Hey, was macht die denn? Okay, das war strange. Direkt Wartland. Wart, 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 wart. Okay. Ich glaub, die haben einfach nur Überschiss, wa? Ich könnte vielleicht auch nicht grad engagen. Außenrum, 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 außenrum. Ah, der Hockshot verhält uns. Ah, der Hockshot. Egal, wir pushen. Ist okay gewesen. Lass'n Pink. Wir haben noch eh gewusst, dass wir das sind. Wir stand so weit offen. Ist ja auch egal. Ja, gut, aber wir haben grad direkt noch. Egal. Die werden jetzt einfach nur die zwei Minuten unterspielen. Wir können halt, die können halt wieder unendlich langweilfrieren. Ja, deswegen splitten, oder? Wollen wir irgendwie... So, wir gucken einfach, ob Max einen Gage kann. Ja, bleibs hier, ist okay. Okay, ja. Ja, oder halt mit Ash holten, dann feuere ich einen safe raus. Ja, ich kann halt nicht engagen auf Ash. Die haben sie hier. Vielleicht alle in den Busch hier rein oder so? I don't know. Nee, die kommen nicht aus der Lane raus. Wir stehen einfach hier und gucken, ob wir einen Misstep von ihnen haben. Das ist ein langweiliges Game. Das ist ja immer was zum Nökeln, ey. Oh, schade, nicht drauf reingefallen. Vielleicht hier können wir zwischendurch pendeln, ne? Ja, eben. Einer bleibt bottom und bittet ab und zu und sowas. In so Wuselig spielen. Einfach ein paar als auf die Tower kriegen. So, jetzt kommt die Bot Lane Wave. So, jetzt kommt die Bot Lane Wave. So, jetzt kommt mit Lane Wave. So, jetzt kommt mit Lane Wave. So, so Lane, hier, hier, hier. Oh, mach den Tor, mach den Tor, mach den Tor. Wir haben grad viele Schatz. Ich hab Boomen Derwish gemacht. Kriegen wir den Kriegel. Ja, wir nippen direkt. Ja. Offene Fights gewinnen wir, denkt dran. Okay, also wenn ich Engage sehe, kann ich Engagen, ja? Oh, nice try, nice try, nice try. Wer hat geflasht? Wer hat geflasht? Ja, ja. Top ist ein Slowpush gegen uns. Achtung Pok, Achtung Pok, Achtung Pok, Achtung Pok. Der läuft jetzt gleich aus, der Drake. Bluva von Bot Lane? Wir haben auch ein 1,30 Baron, ne? Ja, lass Base, oder? Ja, okay, dann... Dann nimmt die Wave noch. Lass wir essen, dann Bluva, okay. Ich nehme die Wave. Oder, ja. Ich. Alles egal, ist ein B. Ist die down. Natürlich. Und ich kann jetzt Bottom Street pushen gleich. Holy shit, der hat damage, ne? Die haben halt keine Ahnung. Hast du Lust bei denen? Wir haben jetzt einen GA. Oh, yeah. Boah, ich brauch noch 200 Gold für Rabadons, ey. Oh, die Wave Top Lane ist richtig juicy, Alter. Ja. Das überscheidet sich ja gerade. Delicious. Go. Lauf erstmal schön 30 Sekunden auf die Top Lane. Ich brauch noch 200 Gold. Ja, das sind 200 Gold, das sind noch 1000 bestimmt. Okay, ich hol noch die Raptoren, dann geh ich Base und dann gehen wir zu Nash. Ihr könnt schon mal die Stammetwischen aufbauen, Krabbe nehmen. Ja. Hab da noch ein Pinkwort Slots dabei? Naja, scheiße, ne. Hab ich ja eben gestellt zum CG. Krabbe machen, Krabbe machen. Keine Deepbots stellen, wenn ihr nur zu zweit seid. Ich bin noch nicht da. Aber ich bin, ich hab einfach über 1000 AP gerade so. Das ist... HP? Krass. Blue ist in 15 Sekunden. Die Mitte pusht jetzt, da muss jetzt gleich einer defen. Also wir machen den Nash auf jeden Fall deutlich schneller als den Elder Drake, der ist halt 1000er Tank hier gewesen. Jo, vor allem hatte ich da noch 400 AP weniger. Kann halt die Rede jetzt nicht mehr wollen. Und wir einfach rushen? Mhhh. Das hat jederzeit nicht. Ja, 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 ja. Sie ist mittig, sie ist mittig, go, 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 go. Ja, jetzt haben sie sich ein Stringkits zerstören. Okay, abbrechen, abbrechen, sofort abbrechen. Komm, wir in Gage, in Gage, in Gage, in Gage, in Gage, oder? Lass nicht nochmal 5050 Euro's Kind. Lieber Fight? Nein, in Gage. Nein, 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 lass dir gucken, oder? Ich bin für einen Fight Force. Ja, ich auch. Oh, schade. Aber der ist trotzdem abgeschnitten. Er hat geflasht. Pass auf, pass auf, pass auf. Okay, raus. Toplane. Will ich Toplane mitnehmen vielleicht? Ja, oder Bairon wieder. Ne, wir pushen Toplane rein. Hier ist ein Pinker von denen. Käfer macht unten Druck gerade. Und wir haben Mitte eh Druck. Im Red-Buff-Push ist noch Pinker von denen. Wo? Im Red-Buff-Push von denen. Okay, okay. Das ist nicht so wichtig. Das ist lustig, dass er sich nicht mehr traut, nachdem sie verloren hat. Irgendwo ein Würden-Zukämpft. Ich mach hier die Busein, das ist viel strenger. Ja, ja. Wie wenn die die clearen will. Die Reda holt jetzt aber. Verhits, 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 Verhits. Nee, kann nicht. Da sind die Buffen. Also ich nicht. Okay, aber ich. Vielleicht jetzt noch eins. Ja, ja. Ich setz den W. Die werden da nicht drüber gehen. Der macht mehr Schaden, als die Leben haben. Achtung. Wir wollen fighten. Wir müssen fighten, wir müssen fighten. Wir sind engaged. Ich hab Arrow. Alles wo? Fighten, fighten, fighten. Reksa, 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 Reksa. Okay. Ich hab dort nur was anderes. Komm wir raus, komm wir raus. Raus, raus, raus. Johnny ist tot. Nein. Alles gut. Ich hab noch Heald, ich hab nur keinen Flash mehr. Okay. Alles gut, wir haben den Tower, wir haben den Tower. Nächste Runde. Wollen wir jetzt. Vielleicht denken die, wir gehen jetzt back. Aber wir machen den Barrel. Und wir gehen auch back. Aber wir machen Barrel. Ja, aber was wenn... Okay, die russieren den nicht. Glaub ich nicht. Ich hab GA. Jo, hab ich. Oder Banshee ist ja vielleicht auch nicht bad. Was meint ihr? Was dann? Wir haben GA, Banshee. Nein, GA ist besser. Banshee ist wasted gegen Guerilla. Was? Gegen QA. Na ja, aber der Q macht ungefähr 700 Schaden. Würdest du noch den ersten Autodeck blocken, dann würde ich ja sagen. Ja, also. Aber Sheen geht doch weg, wenn sie Q auf mich macht, oder? Und das blockt? Also Sheen bleibt ja nicht da, oder? Aber der geht durch Banshee, glaub ich. Alles klar. Ja? Ja, ja. Ich hab keine Banshee. Okay, wir müssen... Die Wischen will ich hier und hier haben, so. Das ist die... Wenn wir da die Wischen haben, dann wissen wir, dass die nicht schnell genug hinkommen, wenn der Unterpfiff raus ist. Dann denk ich auf jeden Fall um den offenen Inhib-Spiel, oder? Selbes Spätchen, ja. Aber ich hab keine Ultimate noch. 35 Sekunden. Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Ich hab auch keinen Flash. Soll ich rüberbauen? Nein. Ist egal. Aber wir gehen, wir gehen weiter. Ich kann ja trotzdem... Wenn du dich bewegst, sieht dich Rex ein. Der weiß jetzt, dass du da bist. Du kannst da weggehen. Ja, okay. Wird ja sein können, dass er kurz unachtsam ist. Äh, 50 Sekunden. Okay, also pushen wir jetzt, oder machen wir Fassung W Baron? Auf Klammer, 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 Klammer. Ah, okay. Wir sollten, solange Baron bleibt, ist Kevin Pressured, denk ich. Okay, wir haben hier einen Action. Äh, 80 Sekunden. Acht Sekunden. Ich glaub, die wollen... Dann hab ich Ultimate. Okay, wir müssen diesen... Diesen Busche gleich wieder contesten. Ja, dann lass uns zu viert rein, ne? Gott. Ich bin... Wir wollen bitte buschen. Okay. Kann dein Gate. Der fehlt noch einer. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Eines Tages werden sie drauf reinfallen. Ey, no joke, ich stelle manchmal so oft, ich gucke halt manchmal nur so rein. Ich denke immer, es ist ein Arrow. Ja, fein in-up. Wir kriegen das Image, wir kriegen den. Ja, in-up for free. Aber geht sich ja... Ne, ne, außenrum nie durch die Base. Warum, die waren alle Bot-Zeit. Egal, ich habe keinen Bock durch die Base zu gehen, dann habe ich keinen Escape-Fake als Carry. Ich war eher. West, whatever. Six ist hier, Six ist hier. Bei den kriegen wir auch mal free, ja. Wenn wir die beiden haben, dann können wir nicht. Barron und gehen langsam. Oh, die beiden fallen. Die gehen rein. Ich habe den Six, glaube ich. Ich habe die beiden weggeballert. Raus, wenn er kann. Raus, wenn er kann. Raus, wenn er kann. Raus, wenn er kann. Ich habe noch Arrow. 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 Das war halt super bitter, dass die Krags-Locker-Fake, meine Kassio-Ult denied. Das war halt übelst bitteres Timing. Aber ich kann es gar nichts finden. Ne, das heißt Back und dann Bot-Lane einfach alle zu fünft. Scheiß auf Barron. Können wir eigentlich machen, ja. Ja. Was ist das Ballern? Ich habe auch noch einen ZZ-Rod. Weil zwei Minuten ist auch der Drake ab, so irgendwann, aber ja. Aber ich würde halt, der Blue-Buff boostet mir halt einfach mal 100 AP, ne? Die ist jetzt Full-Item. Ja, dann nimm den. Ja, wir müssen jetzt echt Bot-Lanerig reinbumsen und das Ding beenden. Ein Teamfight. Oh, yeah. Ja, die sind auch Full-Item, denn die werden auch nicht mehr stärker. Bei Six fehlt noch ein ganzes Item. Ja. Die sind noch nicht an den Full-Item mit. Also DC wir jetzt, ja. So, ich geh jetzt Bottom. Ich geh Bottom. Ich geh Bottom. Bei Six hat jetzt halt noch keinen Default. Habt ihr mich? Hier ist der Blue-Buffer. 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 Ah, okay. Ich brauch den nicht. 40 Sekunden. Gib den Max, gib den Max. Naja, ich hab, ja. Egal. Du hast auch 40 CDR, oder? Aber es ist AP halt, ne? Ah, stimmt. Mein Error, Alter. Ich seh nicht so viel Scheiß drauf. Wir warten noch ein bisschen, wir warten auf die Minions, ne? Nicht vergessen, wir warten auf die Minions ein bisschen. Ja, Top-Lane ist, äh, okay. Ja, das wird ein bisschen dauern, aber wir warten ein bisschen. Ja. Eine Minute ist der Drake ab, ne? 20 Flash. Eine Minute ist der Drake ab. Der Drake ist free dann, wenn die Waste-Mystakes sind. 20 Flash, 15 Flash. Wollen wir dann einfach auf den Drake gehen, solange noch ein bisschen Terror machen? Ja, wir warten halt hier. Ja. Oh, shit. Pass auf, pass auf, pass auf, wenn eine Bombe ich trifft, ey. Ich geh, ich getoppt, ich getoppt. Echt? Okay. Lass uns jetzt zum Drake gehen. Muss ja ein bisschen pressure. Nein. Äh, noch oben gehen. Ne, sind noch 35. Ja, 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 sorry. Ich dachte, es wär schon mehr vergangen. So, die teilen sich immer mehr auf. Ja. Top wird jetzt auch kommen. Zurück, 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 zurück. Huh. Oh, was? Ich nehm kurz Grump für den Lifestyle. Ich nehm kurz Grump für den Lifestyle. Wollt ihr jetzt hier machen, oder was? Weil jetzt kommt die Wavetop. Wenn ich wollt für den Lifestyle. Ja. Eine Wave. Wollen wir noch eine Wave nehmen? Ja, ja, ja. Ja, jetzt ist es zu spät. Die wird ja jetzt schon geklärt. Wir können doch trotzdem noch. Ja, ist ja egal. Eine Wave for a Drake. Willst du zum Drake jetzt, oder? Ich mach schon mal Krabbe. Ja, okay. Dann sind wir doch nicht. Die sind halt übel in der Base drin. Gehen wir dann auch gleich zum Baron vielleicht? Ich hab das Zeroed halt mal unten. Die werden für Kevin gehen. Die gehen für Kevin scheinmal. Kevin, die gehen für... Ich würd so lange wie es geht den dritten Inip noch nehmen, weil die anderen... Mach, 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 mach dir! Mach dir jetzt fucking Ada erst mal. Step by Step. Ja, ich mein danach, Leute. Chillt. Also... Jo, Apro, lass Inip haben. Ich glaub nicht. Wir sollten, wenn dann wahrscheinlich... Wollen wir nicht eben den Baron gehen? Wir brauchen den Baron. Ja, ja, lass den Baron gehen. Wir brauchen den Baron gehen. Lass den mal direkt rushen, Alter. Fuck the shit. Oh, good job. Good job, boys. Oh, das ist sozial, dass ihr ihn mit denen lasst. Wir machen den einfach direkt instant. Du 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 du... Die rushen jetzt, die kommen jetzt, aber wir sollten schneller sein. Oder? Oh, wollen wir noch 50-50 machen? Wollen wir noch 50-50 machen? Wollen wir wirklich noch mal 50-50 machen? Nee, 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 nee. Ich? Lass abbrechen die Fighten. Komm, hart engage mit Ashul. Kein so... Ich reinballern. Wir haben zwei Nips so... Nice! Die Rede, die Rede! Achtung, Achtung! Pass auf Ax, pass auf Max. Ja. Bisschen zu deep. Oh mein Gott. Dann gehen wir raus. Wir werden hier unten lasst. Gucken, dass die das nicht bei uns machen. Aber Top-Land-Push, Top-Land-Push. Ich geh ganz schnell back, ja? Oh, base und wieder hin. Ja. Ich hab jetzt auch Cesar Rod, das kann nicht irgendwo hinballern. Der hat jetzt keinen Clans mehr. Der hat jetzt keinen Clans mehr, ich hab einen 30 Error. Dann machen wir das gleiche Spiel normal und dann stirbt der Six. Okay. Hol den Red Bast und dann kommen wir auch wieder. Der geht nämlich nicht auf... Der geht nämlich nicht auf... Der geht nicht auf Sonyas. Komm Kutschein, lass schon mal Vision aufbauen. Unterwegs. Wohin willst du? Ich würde hier aufbauen, oder? Wir können halt theoretisch einfach wieder inszenen anfangen. Wir haben jetzt Sweeper. Wir müssen kommen. Siegste Spot, siegste Spot. Lass anfangen, oder? Ja, okay. Aber einen drüber. Einen drüber stellen. Ja, Ulti kann er vielleicht. Ich mach die Knudel kaputt. Oh mein Gott, Alter. Er hat noch durchbekommen. Zieh durch, zieh durch. Zieh durch, zieh durch. Rexer ist nicht hier. Rexer ist nicht hier. Hab ihn. Der jetzt. Jetzt Botlane. Ey, jeiss. Kannst du Arrow? Kannst du Arrow? Kannst du Arrow? Oh, der trifft. Nein. Oh mein Gott, der trifft. Komm da, bei dann. Ihr nehmst Whispern aber jetzt, ne? Gemein gemeint. Was war dann? Ja, ja. Ich finde es nur inzwischen nervösant. Ich finde es auch nicht schlimm. Ich stehe da drüber. War ja auch keine Kritik gegen dich. Wir haben nur gefordert, dass wir einen fucking Nescher haben, ey. Was ist wieder? Ich hau hier hin. Ihr könnt auch mitgehen, wenn ihr wollt. Ja, ja. Erstmal Bottom lassen. Er ist wieder da. So, die wollen es engagen, bitte. Ja, ja, ja. Wir sind da, wir sind da, wir sind da. Ich hab sie, ich hab sie. Hier, hier, hier. Ich baller die raus. Die Kamer. Kamer, 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 Kamer. Kamer habe ich, kam ich. Rexer, Rexer. Ich hab die Irelia. Irelia, Irelia, Irelia. Irelia. Rexer, 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 Rexer. Irelia, aus dem BA. Irelia, Irelia, Irelia. Irelia. Nice, Jungs. Siebel, 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 Siebel. Ich hab sie, hab sie, hab sie. Passt ein bisschen auf, passt ein bisschen auf. Nice. Äh, passt auf den hier Six auf, though. Ich werd versuchen, Flashdown. Einfach mit dir, einfach mit dir, einfach mit dir. Okay. Lass mich live zieren, oder? Ja, ja, live zieren. Nicht full HP und das Wichtige als. Warte, ich geh Base und TP. Ich geh Base und TP. Push, 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 hier weiter. Schön, schön auf den hier. Boom, haben wir eine große Wave. Oh, der Autotech miss. Ich hab ever wieder ready. Ich hab ever wieder ready. Uh. Achtung gegen Snipe, gegen Snipe, gegen Snipe. Warte, mach doch den Turm. Alles klar. Der nimmt mir einfach mein Perfect Game. Es gibt nur einen, der ein Perfect Game haben darf. Ich hab noch platt. So, das war eine weitere Folge. Geh auf Spandau. Bis zum nächsten Mal, Schnuckelihäschen. Tschüssi.